Heute haben wir Donnerstag, am 7 Uhr morgens, richtig wieder unevangelische Zeiten, um aufzustehen. Dennis, was sagst du dazu? Ich bin gerade ein bisschen perplex. Stieleis oder machen wir einfach so Stieleis-Mix-Dinge oder machen wir Vanille-Eis, Schoko-Eis, Erdbeer? Was sagst du dazu? Stieleis. Können wir trotzdem mal ein Poppisch-Vanille-Eis und Eiskaffee nochmal mitbringen? Ich hab keinen Eiskaffee, wir haben das letzte Mal im Kopf recht. Den ist... Wo geht's dann heute hin? Das weiß ich gar nicht. Den Wald, die wurden mit Maum-Jüben verbreitet. Aufstehen ist schön. Das Aufstehen nicht schön? Nee. Aufstehen ist schön, da hat sich den Namen verloren. Livo, laufen wir denn heute hin? Keine Ahnung. Und wie heißt denn die Hütte? Weiß ich doch nicht mehr, ich lauf einfach mit. Uli? Wissen Schuhe stehen denn da? Geht's denn heute hin, Uli? In so einer Hütte. Uli? 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 Was machen die da? Nasenbohren. Ganz schönes Gerät. Was machen die dann jetzt? Jetzt holen die ganze Schleim raus. Schleim raus. Termine für Schwarzarbeit auf Anfrage. Schwarzarbeit.at Schwarzarbeit.at Schwarzarbeit auf Anfrage. Was heißt das? Schwarzarbeit auf Anfrage. Du arbeitest mit einem Schwarzen. Was hast du dazu, Paul? Geil. Seil ist dir. Einfach schön. Schwarzarbeit. Schwarzarbeit. Geh mal hin. Schwarzarbeit. 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 Da hinten gibt's jetzt lecker Essen. Da werde ich erstmal der dicke Ranze befüllen. Bisschen Steinböcke. Ganz klar. Deine Meinung zu den Steinböcken? Okay Mädels, wir gehen nochmal weiter. Paul? Wieso haben wir denn hier Schnee? Nein! Schwarzarbeit. Ich glaube, die machen gar nicht so gut. Ich glaube, da gibt's Beef. Oh, Tennis. Ach du Scheiße. Er schubst euch gegenseitig der Hang runter. Ein Schulbus. Toolbus. Wo fährt er hin? In die Schule. Friesen in ein Schulbus. Ich dachte, er fährt ins Deimalsertal. Nein. Nach Ostfriesland. Nein. Die Wallachoy. Ah. Das macht super. Ich weiß jetzt wenigstens, wie sich ne Putzfrau aufgeholt. Was hast du da? Das Rost. Herrgott. Ich fühle mich wie ein Leberroscht. Das ist die Gebrauchsanleitung. Und ich hab heute also im Internet geguckt. Hier sind wir, hey, von der Fuchsfarm zum Yven und von Yven zur Fockerfarm. Hier ist ja fast wie vier hier so. Was machen wir dann eigentlich jetzt mal? Was die Leute für sich aus der nächsten Folge schon erlauben können. Ohhhh. Wir müssen jetzt das erste Mal hier ein Aal glatt ziehen. Das ist eigentlich schon nach oben gekommen. Wow. Uli. Das Ding ist doch, Uli hat weniger hochgepumpt als für wir den höchsten Wert. Ist das schlecht oder gut? Also für Uli ist das gut. Scheintot. Das ist nicht dahinter. Wenn ihr jetzt mal ein bisschen die Laktosetablette fortlässt, den nächsten Tag, dann wird das Wetter. Ach du Scheiße. Stille hier lassen. Nettreden. 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 Hättet ihr gerne ein Bier mit Senf und den Schaum unten. Bier mit Senf? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ich sag dir mal wie es ist, gell. Ich werde mit 50 sterben. 66 Jahre, fängt das Leben an. Ich habe zu dir gesagt, Uli, du mit deine junge 25 Jahre, da hast du gesagt, ach Herrgott hört auf so bis zu Lala. Dann drei Jahre, mit dieser Zeit, mühsame Aufbauarbeit, man wusste nicht immer wo diese Mannschaft steht. Mach mir da. Sexchat. Ich krieg mich hier gerade zurecht. Das wäre ein Kaiser-Magen. Wie, machst du um die Uhrzeit noch Krebs? Olaf, das wird nix. Klar, aber das. Alles flippen. Ist egal. Currypulver. Tafelsalz. Wo ist denn jetzt hin? Ballen, ballen.